Dies ist ohne Zweifel das Coolste, was ich je getan habe. Ja, das bin ich. Direkt neben dem größten Fisch der Welt. Willst du wissen, wie ich dorthin kam? Ich war im Urlaub, genoss die Sonne an einem tropischen Strand, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, etwas zu verpassen. Dann hatte ich eine geniale Idee. Und entschloss mich, den Paddy Open Water Diver Kurs zu machen. Die Teilnehmer in meinem Kurs waren super und wir verstanden uns auf Anhieb. Die Ausrüstung fühlte sich anfangs etwas seltsam an, aber die Begeisterung des Instructors und Dive Masters war ansteckend und gab uns das notwendige Vertrauen. Das Gefühl, unter Wasser zu atmen mit kitzelnden Blasen im Gesicht war sensationell. Unser geduldiger Instructor ließ uns so lange üben, bis wir die Fähigkeiten wie Profis meisterten. Auf unserem ersten Freiwassertauchgang waren wir alle nervös, weil wir nicht wussten, was uns erwartete. Während des ermutigenden Briefings des Instructors stieg unsere Aufregung auf das bevorstehende Abenteuer. Beim Tauchen lernt man, in Buddyteams zusammenzuarbeiten. Sich gegenseitig zu helfen, um den Spaß zu teilen. Wir konnten es nicht erwarten, tauchen zu gehen. Ab dem ersten Augenblick tauchte ich in eine andere Welt ein. Plötzlich umgaben mich Dinge, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Farben leuchteten und die Dinge um mich herum und Geräusche waren ganz anders, als was ich je erlebt hatte. Durch das Wasser schwerelos zu gleiten, war ein einzigartiges Gefühl. Und die Korallen und die erstaunliche Vielfalt des marinen Lebens war unvorstellbar schön. Ich kann kaum beschreiben, wie viel Spaß ich bei meinem Paddy Open Water Kurs hatte. Er hat meinem Leben eine neue Dimension gegeben. So, jetzt bin ich ein Paddy Open Water Diver. Ich habe wohl die richtige Wahl getroffen. Was denkst du?